Der zerstörte Präsidentenpalast in Port-au-Prince wurde zur Ikone für die Urgewalt, die heute vor fünf Jahren über Haiti hereinbrach. Als damals um 16.53 Uhr Ortszeit die Erde auf der Karibikinsel plötzlich erzitterte und bebte, knickte selbst dieses vermeintlich robuste Bauwerk zusammen wie das sprichwörtliche Kartenhaus. Wer konnte, floh ins Freie. Doch mehr als eine Viertelmillion Menschen starben damals auf Haiti. Das bereits vor dem Beben bitterarme Land versank in Leid und Chaos. Es flossen damals Hilfsmilliarden aus aller Welt. Doch die müssen irgendwo versickert sein, denn bis heute, dieses Bild ist von heute, hat sich die Insel nicht von der Katastrophe erholt. Aus Haiti Peter Sonnenberg. Hier im Zentrum von Port-au-Prince, wo es die meisten Toten gegeben hatte, war vor dem Erdbeben kein Durchkommen. Der Umschlagplatz für jede Art von Waren ist es geblieben. Angeblich werden auf der stinkenden und vor Dreck starrenden Grand Rue 90 Prozent des Handels der ganzen Stadt abgewickelt. An dieser Stelle hatte Jennifer Toussaint ihren Stand vor dem Erdbeben. Hier hat sie ihn immer noch. Erst haben sie uns in eine Zeltstadt geschickt, aber es kam viel Hilfe und die Regierung bezahlte meiner Familie ein Jahr lang die Miete für ein Haus. Als sie nicht mehr zahlte, mussten wir wieder ausziehen, weil ich nicht genug verdiene, um die Miete selbst zu zahlen. Manchmal fehlt ihr sogar das Geld, Waren zu kaufen, beim Großhändler fünf Meter weiter. Der heißt Toni, wartet in seinem Lagerraum auf Kundschaft und erklärt uns, wie man vorankommt in Haiti. Es gäbe alles hier für die, die Geld haben. Haiti ist Kapitalismus. Du musst Geld haben, um Geld zu verdienen, denn wer Geld hat, bekommt die besseren Preise. Hier werden die Reichen immer reicher und die Armen bleiben arm. Im ärmsten Land Lateinamerikas gab es immer auch die andere Seite, nicht mal weit weg von der Grand Rue. Hier leben Politiker, Geschäftsleute, Künstler. Das Erdbeben hat keinen Bogen um dicke Brieftaschen gemacht, aber manch einer wusste es zu nutzen, um noch reicher zu werden. Dieser Mann hat das nicht ertragen. Der Musiker Richard Morse ist der Cousin des Präsidenten und wurde sein Berater, aber nach neun Monaten gab er auf. Er sagt, für ihn sei wichtiger gewesen, Haitianer zu bleiben, so wie seine Fans. Er war ein anderer Mensch, bevor er Präsident wurde. Es ist schwer, die eigene Familie zu kritisieren. Aber der Präsident hat gemerkt, dass man viel Geld verdienen kann, wenn man kein Geld in Katastrophenschutz steckt. Wenn die nächste Katastrophe kommt, kommen auch wieder die Hilfsgelder. Aber das Problem ist, dass mit dieser Regierung das Geld nie bei den Opfern ankommt. Die Opfer sind diejenigen, die immer noch in Lagern oder in Zelten leben und keine Jobs haben. Sie demonstrieren seit Monaten gegen die Tatenlosigkeit und die Korruption innerhalb der Regierung, wollen, dass der Präsident geht. Heute schwiegen sie, weil heute der Opfer gedacht wurde, am Massengrab mit mehr als 200.000 Leichen. Präsident Martelly gedachte nicht, sondern gab anderen die Schuld am Stillstand in Haiti. Was habt ihr die ganze Zeit gemacht? Anstatt bei euren Demonstrationen alles kaputt zu schlagen, hättet ihr eure Energie in die Hilfe, in Fortschritt und Stabilität stecken können, dann ginge es unserem Volk heute besser. Aber das Volk in der Grand Rue braucht endlich einen, der Verantwortung übernimmt, einen, der das Geld, das im Land ist, in Infrastruktur steckt, und der es Mehrheitianern ermöglicht, ihren Lebensunterhalt selbst zu verdienen.